Wir installieren heute zusammen Adobe Edition. Das geht relativ einfach und ich zeige euch jetzt einmal, was ihr dafür tun müsst. Als allererstes, wer hätte es gedacht, müsst ihr euch natürlich am besten erstmal anmelden oder ein Konto anlegen bei Adobe selbst. Ihr geht also auf die Seite adobe.com. Die gibt es auch in Deutsch übersetzt, also keine Angst. Und da geht ihr dann hier oben einmal auf Anmelden. Hier bei Anmelden könnt ihr euch einfach mit eurer Apple ID anmelden oder mit dem Google Konto oder mit Facebook. Oder ihr legt euch ein Konto an, was ich euch empfehlen würde auf jeden Fall, damit ihr alles ein bisschen separiert habt. Aber das müsst ihr selber wissen. Ihr könnt euch ein Konto anlegen, also mit einer E-Mail-Adresse dann anmelden. Das geht auch. So, ihr landet dann direkt in eurem Konto. Und hier ist es eigentlich ganz einfach. Ihr müsst die Creative Cloud raussuchen und die seht ihr hier schon direkt. Aber ihr könnt auch hier oben drauf klicken und dann seht ihr hier zum Beispiel schon Creative Cloud. Und die braucht ihr nämlich, damit ihr alles weitere gleich herunterladen könnt. Das heißt, wir gehen da einmal drauf. Und hier sind wir jetzt schon in der wilden Auswahl an den Produkten, die ihr euch herunterladen könnt oder auch nicht oder testen wollt etc. Also diese hier braucht ihr erstmal, wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel Edition, so wie es jetzt hier steht, installieren wollt. Und dann sieht das ähnlich aus wie hier zum Beispiel. Gratis testen, normalerweise starten und so. Also ihr habt es ja eigentlich noch gar nicht. Das heißt, ihr müsst ja erstmal alles einrichten. Das heißt, das hier würde jetzt bei euch noch nicht auftauchen. Hier habe ich das nochmal ganz kurz vor euch rausgesucht. So sieht es aus. Wenn ihr das Ganze noch nicht gekauft habt, dann könnt ihr Adobe Audition auswählen und dort einmal auf Kaufen drücken. Und dann könnt ihr ein 7-tägiges Probeabo starten oder 14-tägiges, je nachdem was da gerade angeboten wird oder sogar 30-tägiges. Das müsst ihr sehen, was da gerade aktuell ist. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Und dann geht ihr einfach auf Kaufen und dann folgt ihr einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. So, wir sind jetzt also bei der Adobe Creative Cloud und diese wird jetzt einmal installiert, worüber ihr dann wiederum dann auch Adobe Audition installieren könnt. Das heißt, das geht beides miteinander einher. Es muss also die Creative Cloud installiert sein, damit ihr Audition installieren könnt. Solltet ihr allerdings einen anderen Weg kennen, zögert bitte nicht, es in die Kommentare zu schreiben, damit auch andere was davon haben. Zudem könnt ihr auch bei der Installation vorab schon hier eingeben, wie eurer Kenntnisstand so ist. Also ob ihr da schon mal mitgearbeitet habt oder ob ihr Anfänger seid, das könnt ihr so angeben. Und demnach wird dann halt auch die Benutzeroberfläche dann für euch angepasst. So, jetzt geht es hier weiter. Wir können hier das Ganze erst einmal testen und für 7 Tage ist das Ganze kostenlos. Es gibt übrigens noch einen Trick, den ich euch gleich am Ende des Videos noch verrate, womit ihr noch ein bisschen Geld sparen könnt. Also dranbleiben lohnt sich. Wir haben jetzt also erstmal diese 23,79 Euro pro Monat, das das Ganze kostet. Und wenn ihr damit einverstanden seid, dann geht ihr auf Weiter. Ihr könnt jetzt so eine Art Abo abschließen. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ihr seid ein Jahr daran gebunden. Zahlt dann allerdings 23,79 Euro pro Monat statt 35 Euro. Wenn ihr 35 Euro zahlen würdet, dann könntet ihr halt jederzeit kündigen. Aber das seht ihr auch alles, wie das dann zusammenhängt. Da könnt ihr jetzt dieses Angebot nochmal entgegennehmen oder auch nicht. Auf der rechten Seite seht ihr das, was ihr abschließt. Also ein siebentägiges kostenloses Probeabo. Und danach geht das dann halt in ein kostenpflichtiges Abo über. Das Ganze könnt ihr ganz einfach per PayPal zahlen. Alles gar kein Problem. Falls ihr vorsteuerabzugsberechtigt sein solltet, könnt ihr hier natürlich eure Umsatzsteuer-ID eingeben. Ich kann euch aber jetzt schon mal verraten, dass ihr keine Umsatzsteuer da ziehen könnt, weil sich das hier, glaube ich, um dieses Reverse-Charge-Verfahren handelt. Von daher könnt ihr hier jetzt keine Mehrwertsteuer ziehen. Bekommt aber eine Rechnung jeden Monat zugeschickt von Adobe. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, dann könnt ihr das Ganze testen. Jetzt sehen wir auch, dass sich das Ganze umgesetzt hat auf 19,99 Euro. Das hängt, glaube ich, auch mit den Steuern zusammen. Aber ignoriert das jetzt erstmal. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir das Ganze jetzt testen können. Und ab jetzt beginnt erstmal der siebentägige Probezeitraum. Jetzt beginnt hier die Installation von Adobe Edition völlig automatisch. Ihr müsst nichts weiter tun, außer jetzt nochmal abzuwarten. Falls dieses Fenster euch allerdings nicht angezeigt werden sollte, dann geht ihr hier einfach nochmal separat auf Edition drauf. Adobe Edition installieren und könnt das Ganze dann installieren. Außerdem bekommt ihr zu Adobe Edition noch kostenlos die App Bridge und auch die App Premiere Rush. Das ist noch so ein Tool, womit ihr Online-Videos erstellen könnt von überall aus. Also auch ganz nett, dass das so mit dabei ist. Die Installation selber dauert nicht wirklich lange und das Programm startet nach der Installation automatisch und ist im Prinzip sofort einsatzbereit. Es werden euch noch ein paar Tools angezeigt, die ihr vielleicht nutzen könnt oder euch anschauen könnt, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Aber ansonsten könnt ihr direkt loslegen und Adobe Edition nutzen. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Extra, was ich euch vorhin versprochen habe, wie ihr noch ein bisschen Geld sparen könnt. Und zwar habt ihr ja gesehen, am Anfang der Installation wollte Adobe 23 Euro und ein paar zerquetschte von uns haben. Jetzt sind wir hier schon bei 19,99 Euro im Monat. Was aber glaube ich, meine ich, mit den Steuern irgendwie zusammenhängt. Also im Endeffekt zahlen wir jetzt 19,99 Euro im Monat und das ist auch okay. Aber es gibt noch einen Trick, wo ihr das Ganze noch günstiger bekommt. Und zwar, wenn ihr dieses Abo abgeschlossen habt, dieses Test-Abo, könnt ihr das ja sieben Tage erstmal kostenlos testen, um auszuprobieren. Und wenn ihr das macht, dann geht auch einmal in euer Konto rein und geht auf Abo kündigen und kündigt euer Abo. Und da seht ihr nämlich, was passiert. Ihr werdet durch einen Prozess durchgeleitet und dann gibt es so eine Art Stopp für Kundenrückgewinnung. Und das ist genau dieser Moment. Und da steht nämlich, behalten Sie Ihren Audition und sparen Sie Geld. Hier haben wir nämlich im ersten Jahr bezahlen wir jetzt statt 23,79 oder 19,99 nur noch 15,99 Euro inklusive allem drum und dran. Das heißt, hier sehen wir zwar auch, die Steuern sind da schon mit reingerechnet, ja. Und das ist auch das, was nachher abgebucht wird. Also ich habe es selber zu dem Kurs natürlich so auch behalten und habe es auch bestätigt und habe bis jetzt für ein Jahr Adobe Audition für 15,99. Danach kostet es wahrscheinlich wieder den normalen Preis. Aber hey, ein Jahr lang ein paar Euro gespart, mal ein paar Monate, macht immerhin schon ein bisschen was aus. Diesen Trick wollte ich euch nicht vorenthalten haben und ich hoffe, dass er vielleicht auch den einen oder anderen da draußen weiterhilft. Wenn ihr weitere Tipps oder Tricks habt, dann zögert nicht, das mit allen zu teilen und schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.